Interesse wecken. Vielfalt zulassen. Chancen für alle. Ziele erreichen. Brücken bauen. Kommunen stärken. Gemeinsamkeiten finden. Gesellschaft einen. Umwelt schützen. Politik verstehen. Integration sichern. Kulturen zusammenbringen. Bildung verbessern. Nachhaltigkeit etablieren. Die Bertelsma-Stiftung hat in den letzten Jahrzehnten viel erreicht und neue Impulse gesetzt. Nun stehen wir vor den neuen Herausforderungen unserer Zeit. Ich wünsche mir, dass die öffentlichen Hochschulen in Deutschland für alle gleichermaßen zugänglich werden, sodass jeder die Chance bekommt, einen Platz in seinem Wohnstudiengang zu erhalten. Meine Erwartung an die Zukunft ist, dass wir, die Bewohner von Gütersloh, uns erstmal auf uns konzentrieren und auf unsere Stadt. Denn erst wenn es in den kleinen Gebieten funktioniert, dann funktioniert es auch in den großen Gebieten. Ich wünsche mir, dass die Stiftung sich mit Themen beschäftigt, die uns jungen Menschen mehr Sicherheit im Leben gibt. Mein Wunsch ist es, in einer Zukunft zu leben, in der ich mir keine Sorgen machen muss über Altersarmut oder die Umwelt. Ich finde, dass einer der wichtigsten Aufgaben für unsere Gesellschaft, die zur Zeit von Spaltung und Umbruch gefährdet wird, die Wahrung der demokratischen Werte ist. Für mich und meine Generation ist Europa einfach mehr als mein Kontinent. Europäisch zu sein, das ist für die meisten von uns ganz normal. In 40 Jahren, da möchte ich in einer Gesellschaft ohne Angst, Hetze und falschen Nationalstolz leben. Ich denke, dass es in einer globalisierten Welt notwendig ist, über den Tellerrand hinauszuschauen und sich mit globalen Problemen zu beschäftigen. So bin ich der Meinung, dass ich die Stiftung in Umweltfragen stärker einbringen sollte, aber auch auf einem Kontinent, der in dieser Welt oftmals in Vergessenheit gerät. Afrika. Für mich ist es wichtig, dass Menschen mit Migrationshintergrund dabei gefördert werden, sich richtig in die Gesellschaft zu integrieren. Ich wünsche mir, dass in der Stiftung BeGreen integriert wird, damit auch jeder Mitarbeiter an den Umweltschutz erinnert wird. Meine Wünsche sind es, Projekte wie BeWelcome weiterhin zu fördern. Soziale Ungleichheit. In meinen Augen ist das schon heute ein großes Problem für Deutschland. Ein Problem, das leider noch wachsen wird. Ich erhoffe mir von der Bertelsmann Stiftung, dass sie immer wieder auf diese Gefahr aufmerksam machen wird und so einen Teil dazu beiträgt, dass sich unsere Gesellschaft nicht noch stärker polarisiert. Ich würde mir wünschen, wenn man die Jugendlichen in Deutschland bei den politischen Wahlen unterstützen könnte. Und ich bin stolz darauf, ein Teil vom Global Player Bertelsmann zu sein. Ich bin mir sicher, dass wir auch zukünftig auf die Stiftung zählen können, um ein gemeinsames Miteinander der Kulturen zu gestalten. Menschen bewegen, Zukunft 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 gestalten.